19 Siege, 9 durch K.O., 3 und 10. 90,3, 90,0. Und Koko Kovac, der Supervisor, hat schon unter Fritz Tunes trainiert, schon unter Uli Wegner, und er ist ganz stolz, dem Herausforderer, dem Challenger, und Marco Käpt'n Huck. 90,0, 90,0, das Gewicht des Titelverteidigers des Champions, Marco Käpt'n Huck. 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 800,000, 100,000, 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 80,000 Dankeschön und jetzt noch einmal für unsere knipsenden Kameraleute.